Jetzt ist also wie angekündigt das Video zu den Endpunkten klinischer Studien mit dem Schwerpunkt Nebenwirkungen. Und bei der ganzen Disziplin in klinischen Studien, die sich mit den Wirkungen der Arzneimittel auseinandersetzen, sprechen wir von der Pharmakovigilanz. Und mit das Erste, was man mir zu Pharmakovigilanz mit auf den Weg gegeben hatte, als ich anfing, mich mit klinischen Studien zu beschäftigen, war, Pharmakovigilanz ist nicht sexy. Davon war ich wirklich über Jahre auch überzeugt, bis ich 2014 einen Menschen gefunden hatte, der mir zwar das Gleiche sagte, nur auf Englisch, der aber ein ganz, ganz, ganz entschiedenes But dahinter gesetzt hat. Was es damit auf sich hat, besprechen wir am Ende dieses Videos. Okay, das Video ist betitelt mit Nebenwirkungen. Das ist aber nicht ganz seriös, weil wir im Rahmen von klinischen Studien erstmal nicht von Nebenwirkungen sprechen. Das suggeriert ja, dass wir wüssten, dass ein Medikament dafür verantwortlich ist. Und sehr oft haben wir ja Medikamente in sehr frühen Phasen, wo wir gar nicht genau wissen, was die Medikamente eigentlich machen können. Wir sprechen stattdessen von unerwünschten Ereignissen. Und da die Studienlandschaft nun mal sehr englischsprachig ist, würde ich im Weiteren auch hauptsächlich die englischen Begriffe, die wir tagtäglich im Rahmen von klinischen Studien verwenden, hier auflisten. Ergo sprechen wir anstelle der unerwünschten Ereignissen von den Adverse Events oder kurz AEs. Was ganz wichtig ist zur Abgrenzung von Nebenwirkungen, mit AEs wird alles bezeichnet, was im Rahmen der Verabreichung eines Studienmedikamentes passiert. Das heißt, wenn Sie aus Versehen auf eine Banane treten, ausrutschen und sich den Ellbogen brechen, dann ist dieser Ellbogenbruch ein Adverse Event. Im nächsten Schritt müssten Sie als Prüfer dann festlegen, ob Sie glauben, dass das Medikament dazu beigetragen hat, beziehungsweise Sie könnten in ein Referenzdokument, in die sogenannte Investigators Brochure oder IB schauen, ob da irgendwas mit im Zusammenhang schon mal berichtet worden ist. Die Investigators Brochure gibt es für jedes Mittel vor Zulassung jedem Studienzentrum zur Verfügung gestellt. In dem sind, wie gesagt, alle Daten der Entwicklung drin, von chemischen Zusammensetzungen über Tierversuchen etc. pp. Also wirklich alles, was man zu dem Zeitpunkt von diesem Medikament weiß. Und ganz wichtig, man muss wirklich alle Adverse Events hier auflisten. Wenn ich sage alle, dann kann man hier auch so einen Rahmen drum setzen. Also nochmals, AEs oder Adverse Events sind alle unerwünschten Ereignisse im Rahmen einer klinischen Studie. Egal erstmal, ob sie zu tun haben mit dem Medikament oder nicht oder ob sie von dem Medikament provoziert worden sind. Es gibt aber noch eine nächste, ich möchte mal sagen, Eskalationsstufe. Nämlich es gibt ein paar AEs, die wir als Serious bezeichnen. Wann ist ein unerwünschtes Ereignis also ernst oder gefährlich? Die Definition ist relativ klar, wenn es zum Tod führt, wenn es zur Hospitalisierung, also zum Krankenhausaufenthalt führt oder einen vorbestehenden Krankenhausaufenthalt verlängert. Oder aber, wenn es zu dauerhaften Behinderungen, nicht mehr rückgängigen Schäden kommen kann. Und zu guter Letzt, also wenn schwangere Patientinnen im Rahmen einer klinischen Studie ein Mittel bekommen haben und man sieht, dass es mit Fehlgeburten zum Beispiel einhergeht. Aber fassen wir nochmal zusammen, die Serious Adverse Events oder SAEs stellen eine Untergruppe der gesamten Adverse Events dar. Also AEs können mit dem Medikament zu tun haben oder auch nicht. Sie können Serious sein oder auch nicht. Wenn sie Serious sind, haben wir eine ganz andere Notwendigkeit damit umzugehen, weil dann kommt das sogenannte Expedited Reporting zum Einsatz. Das heißt, in dem Fall, wo wir ein SAE sehen oder davon in Kenntnis gesetzt werden, muss man wirklich innerhalb kürzester Zeit, meistens innerhalb von 24 Stunden, sofort eine Meldung vornehmen. Das ist, nehmen wir einmal an, wir haben ein SAE und wir können relativ sicher sein, dass es mit der Prüfmedikation zusammenhängt. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Blutdruckssenker im Rahmen einer Studie und Ihr Blutdruck schmiert ab. Dann ist es, glaube ich, gar keine Frage, dass wir uns hier den Zusammenhang nicht in irgendeiner Form herleiten müssen oder so, sondern dass der einfach gegeben ist und wir nicht mehr von Events, sondern Reaction sprechen. Also von ARs oder in diesem Fall auch SARs. Hier wird aber in letzter Zeit ein bisschen anders mit verfahren. Um bei dem AE zu bleiben und bei den gängigen Bezeichnungen, die wir sonst so haben, wird es oftmals nicht als AR angegeben in klinischen Studien, in Publikationen dazu, sondern als Treatment Related AEs. Das ganze Pharmakovigilanzthema ist in der Regel eine fixe Tabelle in klinischen Studien. Dazu habe ich gleich ein paar Beispiele. Auch die SARs kann man eskalieren. Wenn so eine Reaktion überraschend kommt, ist sie natürlich besonders schlimm. Aber da kann man natürlich entgegenhalten, wenn es überraschend kommt, wie kann ich dann wissen, dass es eine Reaction ist? Wenn es überraschend kommt, habe ich ja womöglich gar nicht die Möglichkeit zu überprüfen, ob das wirklich damit zu tun hat. Zweite Gegenargument, wenn es eine besonders frühphasige Studie ist, wo es gar nicht viele Daten in der IB gibt, die irgendwas dahingehend hergeben, auch dann bin ich ja eher im unexpected Bereich, weil ich dann nicht in der IB einen Term finden werde, der ähnliches vorbeschreibt. Wenn doch, ist es nicht unexpected, sondern expected. Weil das Ganze also so ein kleines bisschen fehleranfällig ist, hat man hier gesagt, naja, es muss nicht unbedingt vorliegen. Es reicht auch der Verdachtsmoment. Also wenn ich verdächtige, dass irgendeine Reaktion etwas mit dem verabreichten Arzneimittel zu tun hat, denken Sie da an das letzte Video. Wenn ich eine Infusion gebe und der Patient kurze Zeit später nach einer Stunde über Vernichtungskopfschmerz klagt und der zweite Patient und der dritte Patient, dann würde ich davon ausgehen, dass man das als unerwartete, schwere Nebenwirkung auffassen kann. Und das Ganze bezeichnen wir als SUSA. SUSA ist also das Höchste an Eskalation, was man haben kann in der Pharmakovigilanz. Und was ein SUSA vom SAE unterscheidet, ist ein nochmal enger, maschiges Meldesystem, was man hat. Ein SUSA muss wirklich innerhalb kürzester Zeit, vor allen Dingen dann, wenn er tödlich ausgeht, an die übrigen Prüfer und Prüfstellen vermittelt werden, damit die wissen, dass sie gegebenenfalls besonders aufpassen müssen. Es muss an die Sicherheitsbehörden vermittelt werden, um da gegebenenfalls direkte Konsequenzen draus zu ziehen. Also hier geht es mit dem Expedit Reporting nochmal eine Ecke schärfer zu. Schauen wir nochmal zurück nach London ins Jahr 2006 im März. Da hatten wir ja diese ganzen Nebenwirkungen bei den Patienten, die TGN 1412 bekommen hatten, innerhalb kürzester Zeit dokumentiert. Und hier nochmal zur Wiederholung. Alle diese Terms sind erstmal AEs. Das heißt, unabhängig von ihrer Ausprägung müssen die dokumentiert werden. Wir haben gelernt, dass zwei Patienten Placebo bekommen hatten und die Patienten, die Placebo bekommen hatten, am gleichen Tag nach Hause durften. Also muss man sagen, der verlängerte Krankenhausaufenthalt, den alle Patienten ja dadurch hatten nach der Gabe, kann man guten Gewissens auch als SAEs formulieren. Hier ist ganz wichtig, bevor wir auf das Wording gehen, man wird das nicht alles als einzelnes SAE melden, sondern man wird einen Oberbegriff finden und die anderen Begriffe in ihrer Ausprägung natürlich genauestens aufschreiben. Aber man wird jetzt nicht 10, 12 verschiedene SAE-Meldungen machen. Am Ende kam es schließlich zu dem Multi-Organ-Versagen und ich glaube, da ist klar, da sind wir im eindeutigen SUSA-Bereich. Man hatte nicht damit gerechnet. Stichpunkt 5 hundertstel der Affendosis. Stichwort kein Zytokin-Freisetzungssyndrom. Entsprechend ganz klare SUSAs. Stichwort kein Zytokin-Freisetzungssyndrom.